Wir haben uns sehr, sehr genau überlegt, wie wir welchen Teil bringen wollen und welchen Effekt wir ziehen wollen. Deswegen kann ich das sehr gut unterschreiben. Aber wir haben uns, wir haben so viel geprüft an unseren Liedern, dass wir wirklich zu dem optimalen Gegensatz auf der Platte kommen. Verliert man sich nicht dann oft mal, wenn man eben alles dann anzweifelt hat? Und dass man irgendwann mal anzweifelt hat, okay, jetzt passt es so. Natürlich, aber deswegen war es für uns auch im Vorhinein extrem wichtig, für uns selbst zu.